So Leute, da sind wir beim nächsten Review und ich habe Zauberland-Spiele Deckboxen für euch. Die gucken wir uns mal an. Ja, wer aufmerksam bei meinem Buden-Brawl-Video von Hamburg, von dem Event von vor einer Weile zugeschaut hat, hat gesehen, dass vor Ort auch die lieben Leute von Zauberland-Spiele waren. Die habe ich dann mal angeschrieben und gesagt, hey Leute, ich habe gesehen, ihr habt geile Deckboxen. Die kommen mir sehr bekannt vor, diese Deckboxen. Die Qualität davon ist bestimmt interessant. Gucken wir mal nach und wir haben hier einen Punkt. Vielen Dank für deine Bestellung. Danke, äh, nee, vielen Dank, genau. Kennst du schon unsere neuen Deckboxen, die ideal für Commander-Decks sind? Das werden wir gleich noch testen. Ich habe ja einen Commander-Deck, viele vergessen das ja. Ich habe ja einen Commander-Deck. Platz für bis zu 120 Plus-Karten, inklusive 2-Karten-Trainern mit 14 verschiedenen Farben, das ist richtig. Spare in der ersten Bestellung 10% mit Box 10. Das kann ich toppen, denn ich habe auch einen Code bekommen. Und der ist besser wie der hier. Ja, PS, solltest du trotz aller Sorgfalt bei der Bestellung etwas nicht nur anfangen, melde dich bitte. Das werdet ihr im Video sehen. Ich werde jetzt dann gerne E-Mails schreiben, ich hoffe, das ist okay. Und die lieben Leute von Zauberlandspieler haben direkt gesagt, yo, hab ich Bock drauf, ähm, hier hast du Kram. Wie gesagt, ich habe vier Deckboxen in verschiedensten Farben und Formen bekommen. Sie haben auch so einen riesen Banner gehabt, äh, im Video sieht man das auch, wo so ganz viele verschiedene Farben sind. Wir gehen gleich auch noch auf die Webseite und gucken uns das einmal an. Und dementsprechend, ja, man könnte sagen, das Video ist gesponsert, das Video ist aber nicht, also, das Video ist aber allerdings irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es gesponsert ist. Ich gebe das mal als gesponsert an. Ähm, aber das ist meine ehrliche und freie Meinung. Und das Video wird auch so aufgebaut sein, dass, äh, ich da ehrlich meine Meinung auch in ein, zwei Wochen, nachdem ich die wirklich durchgetestet habe, die Boxen, mit euch teilen werde. Und das ist auch vorher mit dem lieben Melvin von Zauberlandspieler abgesprochen. Weil ich mache das nicht anders. Ich finde es wirklich weird, wenn man irgendwie sagt, hey, Blackie, hier hast du 50 Euro, sag mal, dass deine, meine Deckbox gut ist. Das gefällt mir nicht, das mache ich nicht. Und das, das mache ich schon ganz lange nicht. Und das habe ich auch schon Anfragen für gehabt. Ich mache sie trotzdem nicht. Und deswegen habe ich diese wunderschönen vier Deckboxen für euch zum Testen eben bekommen. Und den Code gucken wir uns gleich an. Genau, wir gehen rein. Was haben wir denn? Wir haben die normalen Sidewinder. Die sollten euch bekannt vorkommen. Die Box könnte euch bekannt vorkommen. Ich habe auch mal ein Short-Video gemacht, dass ich tatsächlich auf Etsy auch einen sehr ähnlichen Hersteller gefunden habe. Und jetzt muss man dabei auch sagen, eine Sache, die ich halt sehr, sehr cool bei diesen Sidewindern hier finde. Ich werde hin und wieder mal Boulder sagen, das werde ich rausschneiden. Bei den Sidewindern finden das erstens, das Material fühlt sich eins zu eins an wie von anderen Herstellern. Und dann kommt das hier. Und diese drei Bären, diese Bärenpapa, Bärenmama und Bärenkind ist mega. Und das hier einzuprinten ist wirklich geil. Und ich finde es cool, dazu kommt, und das finde ich auch sehr, sehr cool, ihr kriegt immer solche Kartentrenner mit. Einfach mit oben drauf. Das ist halt nochmal on top was Geiles. Und ja, hier habt ihr jetzt zum Beispiel innen so ein schönes Lila und die Box selber in Schwarz. Das ist ein Hunderter. Also ein Hunderter Sidewinder. Dazu haben wir jetzt, wenn wir den anderen Hunderter uns angucken, wie gesagt, die gibt es auch in Nichtschwarz. Gucken wir uns den anderen Sidewinder mal an. Da haben wir, glaube ich, eine schwarz-rote Version. Ne, orange. Orange ist sie. Zap, zap. Auch wieder zwei Sidewinder. Auch hier wieder mit Zauberlandspielen oben drin. Boah, das wäre schon cool, irgendwann mal so ein empty Black Set da rauszukriegen, oder? Ja, aber da träume ich noch von. Und die haben den Traum wahrgemacht. Die haben halt selber einfach Deckboxen mit ihrem Namen drauf. Finde ich halt mega. Und wie gesagt, ihr seht auch hier Lila und Orange. So, das sind die normalen Hunderter Sidewinder. Dafür habe ich verschiedenste Decks vorbereitet, die ihr jetzt sehen werdet. Und zwar packen wir die mal aus dieser Box hier raus. Und packen mal das in diese Box hier rein. Was ich hier jetzt in der Hand habe, ist mein Legacy Double Sleeve Deck mit Drang Shield Sleeves. Warum diese weißen Streifen dabei sind, das ist aktuell Goblins. Und hier habe ich Sticker. Doppelt bedruckte Sticker, also doppelt gelayerte Sticker mit Ding drin. Und selbst das mit Sticker, also das könnten auch Token sein, und so weiter und so fort, passen natürlich in diesen Hunderter Sidewinder genau rein. Das hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Was interessant jetzt ist, wenn wir jetzt mal mein Dragonlord Ogetai Commander Deck nehmen. Das haben wir hier. Das ist ein gedoublesleevedes mit den Sealable Dragon Shields, die ich sehr bevorzuge. Mein Legacy Deck ist auch in Sealable Inner Sleeves, deswegen ist es sehr, sehr tight. Aber ich habe auch schon fast das Dickste, was irgendwie geht. Nach oben und unten ist nicht so viel Platz, also Triplesleeven ist schwierig. Aber das sollte man sowieso nicht machen. So, jetzt haben wir hier mein gedoublesleevedes, foil-ausgefülltes Commander Deck. Ja, ein paar Leute wissen ja, ich habe hier so ein paar, ja, Foils in dieses Commander Deck reinlaufen lassen. Und das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Wenn wir das jetzt nehmen und da reingeben, in dieser Hunderter Box, dann sind wir wahrscheinlich wirklich am Limit. Und das liegt an einem ganz einfachen Grund. Foilkarten sind minimalst dicker. Dann haben wir wirklich so diese gedoublesleeveden Karten mit den hier Sealable Inner Sleeves, die natürlich noch einiges an, ja, Zentimetern obendrauf drücken. Dann haben wir Dragon Shieldsleeves. Das sind jetzt noch nicht mal die Matten. Aber das sorgt dafür, dass dieses Deck halt sehr, sehr dick und sehr, sehr hoch ist. Ich meine, das sind nur 100 Karten. Und wenn ich mir jetzt überlege, das hier sind 100 Karten. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass das irgendwie stehen bleibt. Sonst habe ich hier gleich ein 100-Heb auf, dann weine ich. Ja. Und das hier sind 60, 10, 15. Also 85 Karten. Seht ihr das? Wie viel dicker das ist? Das liegt, wie gesagt, an den Sealable Inner Sleeves. Das müsst ihr wissen, wenn es in diese Richtung geht. Wenn ihr Sealable Inner Sleeves oder gar die Thick Inner Sleeves von Dragon Shield nutzt und dann dicke Dragon Shields nutzt und ihr wirklich so ein dickes Kommande-Deck habt, dann zählt dieses 100-Plus-Karten für euch eben nicht mehr. Aber das ist ja gar kein Problem. Also, das ist ja gar kein Problem. Denn was wir hier haben, sind Sidewinder mit einer Kapazität von 120 Karten. Machen wir. Na, komm. Jetzt war ich die ganze Zeit so stolz auf mich, dass ich das so leicht aufgemacht bekommen habe. Jetzt kriege ich das nicht auf. Ich habe es geschafft. So. Gucken wir mal. Das wird die Packung hier nicht zerreißen. Das wird immer besser mit dem Aufmachen. So. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Packung kaputt. Was wir nämlich hier haben, ist ein 120er Sidewinder mit farbpassenden Inlays. Ich. Ja. Also, für alle Leute, die gedacht haben, diese schwarzen, diese schwarzen Kartentrenner, die sind ja, ist ja nichts. Passend zur Deckbox von der Farbe. Muss ich mehr sagen. Dann hier wieder dieses wunderschöne Zauberland Spiele innen drin. Da bin ich ein bisschen gespannt, wie das sich mit der Zeit ein bisschen abnutzen wird. Und jetzt kommen mir unsere Karten an. Nehmen wir unser Deck, was in die 100er Box nicht gepasst hat. Und zap, zap, zap. In die 120er passt es sogar noch. Hier seht ihr das? Mit dem Finger easy rein. Wirklich easy. Da kann ich sogar noch Tokens mit transportieren. Und. Also. Ja. Schütteltest. Fest. Wenn ich jetzt irgendwie schaue, dass ich hier irgendwie versuche, so gegen zu. Fest. Also, ich muss es wirklich mit Gewalt nach oben drücken. Aber, ja. Fest. Ja. Geht nichts raus. Und das, obwohl es halt 100 Karten da drin sind, die mit Double Sleeved und was nicht alle da drin sind. Und, ja, mega. Sehr schöne Farbe. Ich mag das Sandfarben tatsächlich sehr. Gucken wir noch hier rein. Da haben wir noch ein cooles Rot mitgekriegt. Was ist das denn jetzt? Jetzt kriege ich es natürlich easy auf. Du hast ja gar kein Problem. Wow. I am lost. Da haben wir jetzt natürlich die Sidewinder in Rot. Und. Und. Babam. andere Hersteller, die sehr ähnliche Boxen, die Boxen produzieren die nicht mal, die so ähnliche Boxen produzieren, halt in China produzieren. Und ich die Produzenten ja damals sogar gefunden habe schon im Short Video. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die in China produziert werden. Aber hier mit der Veredelung, das ist natürlich richtig schön. Und wie gesagt, es stinkt nicht. Wirklich. Dann haben wir hier vorne so diesen Neuansatz. Den hat man manchmal. Finde ich mal schade, wenn die den hier machen. Auf der anderen Seite, wenn man die Box jetzt zumacht, dann sieht man es nicht. Deswegen ist es da, glaube ich, die smarteste Position. Ich finde es immer ganz gut, wenn sie es irgendwie hier oben auf den Ecken machen oder so, damit es halt nicht irgendwie in der Mitte ist. Aber dann wird es wahrscheinlich sich mehr lösen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier haben wir einen Ansatz. Den hat man ja immer. Können Sie da vielleicht sehen. Und ja, wir haben vier Magnete, die man auch gut, deutlich sichtbar sieht. Und die auch, wie gesagt, ja sehr stabil sind. Das haben wir schon getestet. Sind es auch keine irgendwie Abnutzungen und ähnliches. Dementsprechend, ja, kann ich, ja. Ja, zu der Qualität echt nicht, echt nicht meckern. Das ist wirklich bei allen sehr, sehr, sehr schön bisher. Ich gucke nochmal extra nochmal nach. Und ja, dann werde ich die in Betrieb nehmen und werde die mal ein paar Wochen und Tage testen. Und dann werden wir uns damit wiedersehen, wie die nach der gewissen Zeit aussehen. Es sind 15 Tage rum. 15 Tage, an dem ich diesen Boulder, an dem ich dieses Sidewinder hier durch die Gegend getragen habe. Ich habe jetzt auch mal ein Vergleichsstück rausgeholt, einer anderen Marke, die ich hier nicht benennen möchte. Und die ich auch schon sehr lange benutze. Und ja, ihr seht, kein Unterschied. Also, ich habe, der ist jetzt ein bisschen abgegrabbelter mittlerweile schon, weil er schon etwas älter ist. Aber, also, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Wirklich nicht. Ich hatte die dabei auf der Arbeit. Ich hatte die im Local Gamestore dabei. Ich habe die einfach mal so im Rucksack gehabt. Ich habe einen davon, den hier, den habe ich hinten im Auto gehabt. Und habe den im Auto rumfliegen lassen, fast die ganze Zeit. Und ich fahre auf die Arbeit fast, ich glaube, 23 bis 26 Kilometer. Ich bin mir nicht sicher. Müsst ihr meinen Steuerberater fragen? Der kann euch das sagen. Und ich muss sagen, dafür ist der echt noch gut in Schuss. Also, da waren jetzt keine Karten drin und so weiter, wodurch der halt nicht so das krasseste Gewicht hatte. Aber dafür sind die echt noch gut in Schuss. Ich habe die jetzt auch mal immer wieder überdehnt, so wie wir das hier gerade machen. Und ihr seht, da reißt nichts. Nichts geht irgendwie kaputt. Ja, das ist vollkommen legitim. Es macht außen auch nichts. Also, die kann man auch überdrehen, ohne dass sie irgendwie hart kaputt gehen. Die sind stabil. Die sind gut. Die sind einfach die Qualität, die man gewohnt ist, in günstig. Also, was heißt günstig? Sie sind sehr vergleichbar von den Preisen her. Aber da kommen wir gleich zu mit anderen Herstellern. Aber ja, alles in allem finde ich die echt cool. Ja, ich habe das Goblin Deck dabei. Deswegen habe ich das Goblin Deck nicht bei unserem FNM gespielt und nicht bei unserer Liga gespielt. Bei unserer Radi Ravnica Liga. Weil, das hatte ich hier drin. Also, das habe ich mitgenommen. Weil ich das gewohnt war, diese Boxen mitzunehmen. Und weil ich diese Boxen mitgenommen habe und nicht die hier, an einem bestimmten Abend, wähle ich jetzt Reanimator in unserer Radi Ravnica Liga und habe Reanimator im FNM gespielt. Also, Samstagsturnier. Ja. Gewohnheitstiere und so. Dementsprechend, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, warum soll ich die denn kaufen? Ich bin mit den Ultimate Guard voll zufrieden. Kann ich verstehen. Aber ich muss sagen, ich bin super begeistert von denen. Ich finde die wirklich gut. Die Qualität ist wirklich gut. Den hier, nee, den hier habe ich mal dreckig gemacht und habe den mal mit Wasser abgewaschen. Das sieht man. Also, er ist einer der hellsten. Und man sieht auch so ein bisschen am Rand, dass er da hier so ein bisschen, seht ihr das? So hier noch, wo er noch so dunkler ist. Ja, der hatte halt ein bisschen Weir and Tear. Das müsst ihr aber damit leben. Ich habe von einem Kollegen von mir, habe ich mal einen Sandfarbenen Flippentray gehabt. Und der war richtig dreckig. Aber man kann einen Bleistift draufschreiben. Und der war richtig dreckig. Der war wirklich unendlich dreckig. Und ja, dementsprechend, da müsst ihr euch bei der Farbe dran gewöhnen. Deswegen, da war ich auch ganz froh, dass ich so eine helle Farbe bekommen habe, wo ich mal wirklich das testen konnte, die Dinge abzuwaschen und so weiter. Aber auch hier, wie gesagt, absolut kein Problem. Rot, mein Commander Deck drin. Das habe ich tatsächlich hier mit denen gemacht, weil es einfacher ist, es so rauszuholen. Ja, ist immer noch easy, da rein zu machen. Ich habe immer noch Platz. Es ist, ich weiß nicht, was ich euch noch sagen soll, außer ich bin begeistert von den Deckboxen. Ich bin wirklich begeistert, weil es ist eine Konkurrenzmarke zu einem Produkt, das schon existiert, das mit den 120er Sidewindern nochmal was drauf macht. Es gibt andere Firmen, die haben 133er Sidewinder. Die finde ich zu überdimensioniert. Die finde ich dann doch ein Stück zu groß. Und Hiddy mit 120 finde ich sehr geil. Die normalen 100er für mich als Legacy-Spieler. Nice. Es gibt keine 80er. Das finde ich ein bisschen schade. Ich bin ein Fan der 80er. Aber es benutzt sie auch keiner mehr. Dementsprechend kann ich verstehen, wenn man sie nicht herstellt. So, was wir jetzt machen ist, wir gucken uns mal die Webseite an. Da haben wir die Webseite. Zauberlandspieler. Seht ihr den Cursor? Ja, jetzt seht ihr den Cursor. Zauberlandspieler ist ein Online-Shop, den ihr unten in der Videobeschreibung auch seht. Mittlerweile kann ich sagen, es ist Werbung, es ist großartig. Ich liebe das Produkt, ich liebe die Leute, es ist einfach cool. Und dementsprechend, ja. Zauberlandspieler, Taucher ein in eine Welt voller Magie und Zubehör. Und zwar habe ich das da erstmal gefunden. Wir über uns. Da seht ihr Melvin, beziehungsweise seine Familie, wo es so ein bisschen auch drum geht, was so die Vision ist und was die Idee so ist und was die so machen wollen. Und ja, könnt ihr mal durchlesen. Es ist hier in meinem Bild ein bisschen abgeschnitten, weil ich links und rechts ein bisschen Platz brauchte. Aber ja, könnt ihr draufklicken. Es ist wunderschön, es ist sehr, sehr cool. Und genau, dann gucken wir uns mal an, was haben wir denn in Magic the Gathering. Auch hier könnt ihr Bundles, Fatpacks, hui, noch, noch holen. Displays, das gibt es natürlich auch, auch wenn die aktuell echt viel ausverkauft ist. Und das, worum es mir geht, Deckboxen. Da haben wir Deckboxen. Wir haben Dragon Shield Strongboxen. Das sind so, 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 die habe ich früher ganz viel benutzt. Boulder von Ultimate Guard, Sidewinder von Ultimate Guard. Das finde ich, by the way, das finde ich spannend. Aber ja, hier mit Xenocolor. Hier sind die 133er Sidewinder. Hier ist die Zauberland Deckbox. Die 5th Edition, Soul Edition. Die habe ich auch mal reviewed. Die könnt ihr auch mal angucken. Auch die fand ich eigentlich ganz cool. Auch wenn sie halt hier in der Version für mich nicht zu gebrauchen war. Und natürlich die Zauberland Deckboxen. Und zwar einmal die 100er Version in einigen Farben. Seht ihr das? Also, ne, könnt ihr gar nicht sehen. Wir haben Violett, Petrol, Blau, Grau, Rot, Grün, Sand, Bordeaux, Gelb, Weiß, Orange. Weiß würde ich immer die Finger davon lassen, bin ich ehrlich. Die werden sehr schnell dreckig. Schwarz-Rot, Schwarz-Grau, Schwarz-Orange, Schwarz-Violett, Schwarz-Blau und Rosa. Oh mein Gott, Rosa. Wie geil. Dasselbe haben wir jetzt bei den 120er Boxen hier einmal noch. Wie man sieht. Und da seht ihr auch die Preise. Wir haben 18 Euro beziehungsweise 19 Euro für die 120er. Und das finde ich wirklich im Rahmen. Wenn man das dann vergleicht, sind die halt sehr viel günstiger. Man kann natürlich jetzt sagen, hey, also meine Sidewinder kosten bei meinem Online-Shop XY, der sehr, sehr billig ist, nur 16,99. Und ja, das kann ich verstehen. Aber ich wollte es euch gezeigt haben. Die Boxen sind wirklich, wirklich, wirklich cool. Und ihr könnt denen wirklich eine Chance geben. Ansonsten, hier gibt es noch alles Mögliche an Ordnern, an Sonstiges. Und zwar hier coole Madpods. Da habe ich mich ein bisschen drüber erinnert, dass ich die Madpods gekauft habe. Und dann festgestellt, dass die die auch haben. Und ja, 9er-Pocket-Pages und eben Sleeves. Sleeves von Dragon Shield, KMC-Inner-Sleeves. Sogar die Hearts, die sind teilweise echt schwer zu finden. Und das in echt guten Preisen. Und dann noch Ultimate Guard Cortex und Katana-Sleeves in verschiedenen Variationen. Genau wie diese komischen, hässlichen Supreme UX-Sleeves. Ja. Gibt es einiges an Sleeves. Für 10 Euro eigentlich auch so ein absoluter Standardpreis. Das hier sind die Varianten, die noch rauskommen. Die kosten dann 11 Euro. Auch das. Einiger Standardpreis. Das ist dementsprechend sehr, sehr, sehr cool. Jetzt muss man dabei sagen, diese Boxen, die ihr da habt, die ihr da sagt, hey, ich habe Bock auf so einen Sidewinder. Aber die kosten ja Geld. Die kosten ja fast dasselbe. Kann ich euch sagen, ich habe, wie ich ganz am Anfang des Videos vor zwei Wochen schon angekündigt habe, ich habe einen Code bekommen. Und ich mache das normalerweise nicht. Ich gehe normalerweise nicht hin und sage, hey, gebt mir mal einen Code für euren Shop. Dann könnt ihr sehen, wie viel die Leute da verkauft haben und wie viel ihr es seht. Das mache ich normalerweise nicht. Weil ich das von meiner Seite aus irgendwie ein bisschen weird finde. Weil dann wirkt das so, hey, und dann kriegst du 5%, kriege ich 5%. Und dann hänge ich da und sage, wow, dann kann ich kein anständiges Review machen, wenn ich am Ende irgendwie noch Geld daran verdiene. Und das will ich nicht. Geld verdienen ist, ja, okay, es ist eine dumme Aussage zu sagen, ich will kein Geld verdienen. Aber ich will daran kein Geld verdienen. Zumindest nicht über diese Art und Weise. Weil dann könnte es passieren, dass ich irgendwie sage, oh, das ist voll die gute Deckbox, die müsst ihr kaufen. Mit meinem Code kriegt ihr 10% und ich kriege 5% und voll geil. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ehrlich mit euch sein. Und deswegen sage ich euch ehrlich, die Boxen sind geil. Und die Leute von Zauberlands sind noch viel, viel geiler. Wir haben den Code BLACKY20. Mit diesem Code kriegt ihr 20% auf die Deckboxen, wenn ihr dort einkauft. Und 20% auf die Deckboxen, wenn ihr euch das mal vor Augen führt, was das für günstige Preise dann auf einmal werden. Das sind irgendwie 14,50 Euro für die 100er Box. Und ich glaube 15 Euro ungefähr für die 120er Box. Das sind unschlagbare Preise. Deswegen zählt das auch nicht unbegrenzt. Das sind die ersten 100 Leute, die kaufen, kriegen diesen günstigeren Preis. Und ihr könnt halt mit diesem Preis maximal 4 Deckboxen vergünstigen. Ich verdiene daran nichts. Gar nichts. Und ich habe auch für dieses Video hier kein Geld bekommen. Was ich bekommen habe, ist, ich habe diese 4 Deckboxen bekommen. Ja? App, 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 app. Hier, diese 4 Deckboxen, wovon ich 2 bei mir auf dem Instagram-Account verlose. Um sie euch mit auch drauf zu geben. Plus eben die coolen Codes von den Leuten. Plus den Job und so weiter und so fort. Deswegen also vielen, vielen, vielen Dank an Zauberland. Ihr macht damit nur Gewinn. Also ihr, meine Zuschauer. Und ja, guckt bei mir auf Instagram vorbei. Das kann ich dazu sagen. Bevor ich euch verlasse, möchte ich auf eine Sache gerne hinweisen. Die lieben Jungs sitzen in Schalksmühle. Schalksmühle ist bei mir schon relativ um die Ecke. Ist in der Nähe. Ist noch nicht um die Ecke. Ist in der Nähe. Und die spielen freitags Commander, Pioneer, Küchentisch, Modern und so weiter und so fort. Mit einem echt süßen Bild hier. Das ist echt ein geiles Bild. Muss ich mir einfach sagen. Ja, wenn ihr aus der Gegend seid, könnt ihr da mal reinschreiben. Die Leute freuen sich bestimmt, wenn man da ein paar Kontakte macht. Der Stammtisch ist da für alle offen. Ja, das wollte ich noch sagen. Ansonsten, vielen, vielen Dank an meine Patrons. Weil an euch verdiene ich wirklich Geld. Mit euch kann ich wirklich was machen. Und ihr unterstützt mich unendlich sehr. Vielen, vielen, vielen Dank an meine Patrons. Das ist wirklich wahnsinnig cool, wie ihr mich unterstützt. Wie ich dank euch viele, viele Dinge machen kann. Und auch eben auf sowas wie Shady-Angebote. Wie hier, ich gebe dir Geld. Dafür sagst du uns, es ist was Cooles. Verzichten kann, sondern Reviews, wie hier das machen kann. Wo ich einfach sagen kann, das sind coole Dudes. Ich verdiene da gar nichts dran. Aber es sind coole Dudes. Und es ist ein gutes, geiles Produkt. Es ist wirklich ein astreines Produkt. Das man so halt schon sehr oft gesehen hat. Sehr gut kennt. Aber ich muss eben dabei sagen. Ja, ich habe es schon sehr oft gesehen. Ja, also die 120er nicht. Und so weiter und so fort. Aber es sind halt qualitativ gut. Dementsprechend könnt ihr demnächst mal überlegen, wo ihr euer Kram kauft. Wie gesagt, Blanky20. Die ersten 100 Bestellungen kriegen 20% Rabatt. Und ihr werdet das im Code sehen. Also hier im Einkaufswagen könnt ihr das sehen. Ich habe jetzt gerade nichts im Einkaufswagen. Aber dann könnt ihr das sehen. Könnt ihr das eingeben. Kriegt ihr 20% für die ersten 100 Verkäufe. Aber vielen, vielen, vielen Dank an alle. Ich muss sagen, ich bin, wie gesagt, begeistert. Ich finde, es sind geile Teile. Und ja, ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksit. Ciao, ciao. 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 Ciao.